So, hier sind wir bei der nächsten Aufgabe, nämlich zerstöre Gebäude bei Pizzapit oder einem Pizzapet-Imbisswagen. Wo müssen wir dafür hin? Ihr seht es schon auf der Minimap. Einmal entweder genau da hin oder eben hier oben. Da ist es glaube ich. So, was müssen wir da machen? Ganz simpel, ihr müsst da einfach nur 10 Sachen kaputt machen. Mehr ist es einfach nicht. Ich werde es euch natürlich gleich direkt zeigen, aber vorweg, wenn du mich ein bisschen supporten willst, lass gerne ein Like auf das Video da, schreib auch gerne was Nettes in die Kommentare, würde mich natürlich auch freuen. Und natürlich gerne ein Abo da lassen, wenn 80% meiner Abonnenten sind, äh ne, 80% meiner Aufrufe sind nämlich von Nicht-Abonnenten. Also, wenn du mich schon öfters gesehen, gehört hast, einfach mal ein Abo raushauen, kostet dich ja nichts. Also, so, ihr seht, 4 von 10 haben wir schon, 6 von 10, 9 von 10 und zack, schon haben wir die Aufgabe geschafft. Und ich sage ja, so simpel die Aufgabe. Oh, aai, 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 das wollte ich nicht. Ich wollte nämlich den Bogen mitnehmen, weil ich nämlich noch eine Aufgabe habe mit Sätze Gegner in Brand. Dafür ist der Feuerbogen nämlich echt am besten. Ich hoffe, ich konnte euch halt, wie gesagt, weiterhelfen. Und in dem Sinne würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video und haut rein.